Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Together Dirt Showdown. Wieder mal mit dem Rockstar. Wir zocken auf Profi. Knockout. Und ich will sehen, wie sich Rockstar schlägt. Er wird ausgenockt. Das ist Zoomring mit Auto. Das ist Zoomring für Auto, ne? Ja, mir auch. Warum soll ich jetzt die Tastatur haben? Ich brauche ein gewisses Geiles Auto. Ich brauche und gehe zack. Ich nehme den Kessler. Den Hans natürlich. Hans ist der Geilste. Das letzte Auto hat mich das beste. Ja, aber das ist mir doch egal. Ja. Das wird noch richtig tricky heute. Ich nehme einfach mal den Dalek Foda. Ne, Wada. Den Foda heißt. Foda. Ja, wenn ich auch willst. Guck mal, F10, F10. F10, F10. Gut, das nehmen wir. Ja. Und der Hans noch mal. Der Hans. Ne, der Hans. Guck die Reifen da. Da ist sogar so eine geile Drehung hier. Wir berühren gerade das Objektiv. Hallo. Ähm, war das Dark Raider? Nein. Okay. Dröbe. Alter, komm jetzt rein. Ja, okay. Ich bin ruhig für mich der Drehkeinladen. Okay. Gamer war eigentlich jetzt für mich. Ich muss mich jetzt rausentwickeln. Oha, Alter. Geben wir bleiben jetzt unser Kommentator. Ob so vorbei, ich muss mich jetzt sehr konsumieren. Okay. Ich bin hier ein Moderator. Kommentator. Und Untersteller. Und vieles mehr. Vielleicht haben wir überschlagen. Hä, seid ihr jetzt schon tot? Halt die. Irgendwem muss ich überhaupt rammeln. Es ist Zoom-Ring wert im Auto, verdammt. Ja, ihr seid doch schon aus dem Ring. Ja, das ist ja kein Zoom-Ring. Ja, das ist ja kein Zoom-Ring. Ja. So ein Überschlag ist misslich. Ja. So ein Überschlag ist misslich. Du hast 50 Punkte bekommen. Oh, 50 Punkte. Spreng viel. Und er kracht ihm in die Seite. Oh. Gehen los. Oh, wo? Was war das? Ja. Ah, wir haben jetzt auch nicht auf Molten. Ja, weil das Video ging eben. Also das Video ist umgewandelt. Ja, weil... Oh nein. Oh, Kevin Durk ist online. Und du hast doch mal linken. Aber dann sieht man das nicht. Das dreht man jetzt in der Phase, ja? Nein, Alter. Lass erstmal fertig zum. Nein! Du hast einfach nie nach der Zeit lassen. Und jetzt? Ich bin gedacht, dass du mich befügt da fahren. Oh, ich bin drückter. 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 Ja, ich kann mich nicht glauben. Ja. Ich bin drückter. Ja, ich bin drückter. Ich bin drückter. Ich bin drückter. Ich bin drückter. Ja. Das ist der neue Stile, Hans. Tja. Ja! Tja! Hey, warum nimmst du mich verdammt? Achso, es ist eine Zeitung, oder? Nein! Nein! Boah, ich bin Sechster! Oh mein Gott, ich bin vor dem Lolli! Oh mein Gott! Ja, aber du rennest nicht so dein Spiel, oder? Hier steht wirklich ein und so aus. Nur weil ich es mit Geschenk bekommen habe. Also ich habe es gespawnt. Hey, jetzt sind ja beide Sechster. Hat der Blankensatz. Wir hatten. Er ist wieder gespielt. Man punkt einfach nur raus. Wenn du die runterschiebst. Das ist Sumoring, weißt du was Sumoring ist? Ja, Mann, über 30 Minuten. Was? Ich habe gar nicht geschrieben. Was ist mit dem Alix? Bitte seid leise. Aber ich hasse es, wenn sich Menschen streiten. Das Spiel geht noch 19 Sekunden. Oh mein Gott. Das Spiel geht noch 19 Sekunden. Oh mein Gott. Position 6. Rockstar. Schatz ist Loot. Nein, nie wieder Hans. Da geht's noch. Guck mal. Nein. Oh mein Gott. Wie Witter bin ich geworden? Oh mein Gott. Ich bin Sechster. Oh mein Gott. Ja, okay. Ihr habt auch Profi gespielt. Oh mein Gott. Ich hasse Hans. Ob sofort. Ich willst du dir die Siegerehrung anziehen. Ich bin vor Loli. Nein, nein. Mach weg.